jo hallo und willkommen zurück zu gta the belt of gate tony so diesmal fangen wir an nicht mit so wenig api an aber diesmal super egal so ich fahre erstmal zu mr burgadin so deswegen markier ich ihn erstmal hier auf der map damit ich auch den weg dahin finde da fahren wir erstmal hin wir könnten natürlich auch ein taxi nehmen praktisch ne ja kommt da sind schon ein paar taxis nicht mehr direkt nein ich sagte nicht hier ein super ein bisschen klatschen müssen ich klatschen so fahr 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 da kommt ein alter mann so der typ der mich hier gerade klatschen wollte so dann sind wir mal schon da und da rufen mich tony an nach menschen muss direkt zu den missionen die jungen das vorliegen der verbrust der bestätigte ok korscht der städte da steht man einfach so auf der straße wird man angefangen was soll Willkommen! Willkommen in der Party! Sit down! Sit down! Sure. Kann ich dir etwas? Einen Drink? Oder etwas stärkeres? Ich bin cool, Bro. You know how to play the drums? We need a fucking drummer. I ain't your man, Bro. Sorry. You Spanish have the rhythm. Give us a fucking beat, man. You don't drum, Bet. You dance, don't you, Luis? You dance. I can dance, man, but not with you and him. That's a shame. You dance, Mr. B. Money doesn't dance the money. Doesn't dance, my friend. Okay, but you need some work done. Wait, wait. Listen. Ah, this is it. This is it. Hey, can you ask the ape to stop playing for a second? You wanna shoot stick $50,000 guitar up your ass? No, but I got some friends I can introduce you to if that's how you get your kicks. Oh, funny guy. All right. All right. Okay. Hey. You have heard about Liberty City. Rampage. The owner still will not accept my offers. I have been more than reasonable. You mean after you killed this special team of cops? It's weird. You want me to negotiate with him? No. The time for negotiations over. Do what needs to be done in his boardroom. Send a message. Hey, I ain't a hit man, bro. I mean, I'll fight anyone. Do whatever. But I ain't a contract killer. The officers are in the ME TV buildings. Yeah, then it will not be easy. You'll have to find someone else, man. I mean, it's not my thing. I ain't qualified for that shit. I'm sorry. I wasn't discussing your career development. I was telling you what to do. Now! Fuck off and go! Fire! We protecting some of these with. We teaching the only classrooms and cedar open, Are you watching the rock n roll fan type? its coming back down. Go to the airport. Madam instinct! Ya, thanks to the nerd bus. To land open. What are we doing now college? I don't really know. I don't see that alone. Hey, I'm sorry to break up your phone. You too. Hey, I'm sorry to make that граф come back down. Mr.Mizen. There's no problem with Mr. Ian in your band. mit Schuhe und hier in der und aus und ich finde war das ist immer schön reden die kleine Schlächer neuer Oh! Fuck! Scheiße, war das knapp. So. Okay, ich springe einfach. Auch wenn ich jetzt grad wie so ein bekloppte, äh, äh, landen werde. Ah, ich sehe jetzt schon, komm. Yeah! Geil! Ich dachte, ich flieg jetzt noch von der Brücke. Wenn ich mir nur Glück gehabt. Ich weiß nicht, dass ich so ein bisschen was machen kann. Ich hab das schon gehört. Ha, 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 ha. Ich hab das schon gehört. Du willst mich zu schütteln? Ja. Geil aussehen. Ja. Hm. Weil wir sind das jetzt wieder hier. Ich bin jetzt zehn Kilometer. Ja, am Landeplatz. Okay, das ist in Ordnung. Da können wir einfach hinfahren. Ja, die reden nur weiter. Bitte, keine Polizei, bitte, keine Polizei, bitte, keine Polizei. Ah, tut mir leid. Das stimmt, da tü, ta, ta. Zu spät, schon tot. So. Nein, 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 nein. Oh. Oh. Ah. Ah. Ah, ich dachte, der wäre jetzt am Arsch. Egal. Wir können nachfahren. Weil irgendwie ist der kurz, äh, Schrott gegangen, der Wagen. Für zwei Sekunden. Äh, ich biege nicht, aber ich fahre einfach so, wie ich Lust habe. Äh. Ahnung. Ich bin einfach lustig, wie ich fahre. Wenn die Karre fährt noch... Total fucking silence. Auch wenn die Fahrten nicht so... Äh, ob sich... Ach, da. Hört sich, wenn ich so interessant an die Fahrten, aber... Äh, es ist eigentlich trotzdem lustig, irgendwie ein bisschen scheiße zu fahren. Am Ende mit so einer Karre anzukommen, mit der ich jetzt gerade ankomme. Äh, ja. Nein, jetzt ist die Karre Schrooad und ich war fast da. Super, jetzt kann ich zu Fuß gehen. Oh, der Wegler uns noch eine Karre. Komm her. Ja, tü, tü, der Marsch. Warte, also, ich will jetzt noch versuchen. Weil ihr müsst jetzt aufstehen und versuchen reinzukommen in den Wagen. Näh, will aber nicht. Weil sonst hätte ich sie mitgezogen. Näh, verkackt. Hä? PTF? Ich bin dann dagegen gefahren. Hm. Schon explodiert da Dinge. Üble. Gott ist ruhig. Na, wieder so ein Billig-Helikopter. Ja, Billig-Helikopter. Ah, fuck. Kack! Tänger. Äh, stein gemein. Äh. Interessant, wohin fliegen? Warte auf Timur. Ich könnte jetzt mit Kacken dreiß sein, einfach. Ah, scheiße, das war eingestiegen. Star Junction. Oh, was? I-What. Ich ne, ach. Warte. Warte, ich ne, ach. Ich möchte die Fahre aus dem Flughafen eine 크게e Stellung. Hundert. Hör. Warte. bis dort da hat sich an Schildschild so er ist nicht hier erstell davon nur so hat Checkpoint durchfliegen also blöd das nächste Ding mal steig gehört das ist doch zu niedrig na wo denn jetzt wieder weiterhör ja und hier hoch ich glaube das ist Standard höher ist das Standard höher oder geht's noch höher geht noch höher so hoch bin ich selber noch nie hochgeflogen hier im ja so nicht in eine Mission einfach so bin ich nie so hochgeflogen ich springe raus heute mit Prozent die Stützabstützabstützab auch für oben landen die Stützabstützabstützabst sieht nicht so schön aus das könnte ich schaffen da kommt ja doch das schaffe ich doch schaue ich noch ich finde es richtig blödes machen das von nicht funktioniert ich will schon fast drüber ja es geht es geht es geht es geht es geht sauber voll auf Fresse der Armageddon Kamera verkackt ich denke ich sehe jemanden am Ruf schaue ihn an ich schaue ihn an jetzt sterbe ich verdammt jetzt sterbe ich verdammt jetzt sterbe ich verdammt ich schaue den B**** in die Balls verdammt ich habe access suche Ash, Willi, Mensch, Schaldi hinaus ja super Schussweste für so wieder so gut wie gar keine AP mehr schaue ihn an ja k da runter oder ach komm 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 das geht doch viel einfacher wenn ich Granaten hätte die ich nicht habe ma wo ich keine Raketen oder so das ist richtig krass jetzt ja der rutscht einfach mal so willst du verrückt können ja du bist verrückt er ist verrückt so wett er hat in die Wand gestellt habe ich schon so lange schwanger machen komm was hat der für eine Waffe so die kann ich eigentlich tauschen die ist besser um um nütz sie auch nicht ja verkackt e das ist ja noch einander hier muss aber einer wieder kommen reiser folge ich hab die explodiert schnelle feuerlösch in der EU war aber der Ort der gar nicht mehr Prozent immer Prozent oder der die Oral sich verarschen ich bin jetzt raus um wo auch was ist los was ist los ich denke schon zwei Schirr und ich glaube ich habe schon einen weich habe ich eine andere ich weiß es blöd wenn ich kein falschen habe habe ich gelitten aber ich habe noch ein falscher Prozent auf den Schöpfen an das ist ein Schöpfen Schöpfen doch Kampagama die Fakke Prozent so in den Schatten Prozent geil er entgegen den Schack und feier und fahr Ja. schon sind wir fertig mit der option 4000 bekommen